Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Diablo 2 Resurrected. So, wir sind wieder hier bei Varif und wir gehen nach Osten, um in Akt 2 zu kommen. Wir reisten nach Osten, über die Berge und in die weiten Wüsten des gebrochenen Landes. Im Lauf der Tage erzählte mir mein Gefährte von sich selbst, dass er einst ein großer Krieger gewesen war. Und nun eine dunkle und unheimliche Last ihm schwer auf der Seele lag. Wir zogen eine Ewigkeit durch dieses lebensfeindliche Ökland. Wie lange, das weiß ich nicht. Und stets schien uns eine dunkle Wolke gerade hinter dem Horizont zu folgen. Schließlich fand die Reise ein Ende. Wir erklommen die letzten Krümpel. Dort, unter uns, lag unser Ziel. Das leuchtende Jubel, Lut Gullain. Und dahinter das weite Meer. In jener letzten Nacht schlugen wir uns danach auf. Vielleicht lag es am warmen Wüstenwind oder dem Geräusch des Meeres. Jedenfalls schlief ich zum ersten Mal seit vielen Wochen. Doch die Träume kehrten zurück. Aber es war eindeutig nicht meine eigenen. Ich sah die Vision eines großen Mannes, des Magiers Tal. Ihr wart auch da, zuweilen. Ich entsinne mich. Ich sah euch in meinem Traum. Seine Brüder hatten einen mächtigen Dämon in die Enge geblieben. Wahlherr der Zerstörung, der in der Welt entfesselt worden war. Sie versuchten, den Dämon in einen heiligen Stein zu bannen. Doch als ihre Versuche scheiterten, opferte sich Tal Rascha selbst los, den Dämon in sich aufzunehmen, als sein Gefängnis seht. Er wies seine Brüder an, in ihn eine Gruppe einzusperren, unter dem Wüstensand vergraben, der für alle Ewigkeit mit dem Dämon wies. Jetzt weißt du, was ich suche, Marius. Am nächsten Morgen gingen wir über den Hügel nach Lut-Golain. Ich hatte keine Ahnung, welche Schrecken dort meiner Hand. Guten Tag. So, da sind wir in Lut-Golain wieder angekommen, mit unserem Ghostbuster. Und hier steht schon Jerin, um uns zu begrüßen. Seid gegrüßt, ich bin Jerin, Fürst von Lut-Golain und heiße euch in meiner schönen Hafenstadt willkommen. Es ist gut, dass wieder Karawanen über den Westpass reisen können. Wir werden schon seit geraumer Zeit von einer bösen Macht belagert, die ich nicht identifizieren kann. Seltsam. Alles fing an, als ein dunkler Wanderer hier entlang kam und nach dem Grab von Tal Rascha suchte. Niemand weiß genau, wo Tal Rascha, der Hüter des Baal, begraben liegt. Aber es ist sicher weit draußen in der Wüste. Inzwischen munkeln viele Leute, dass die Toten aus ihren Gräbern steigen und schreckliche Kreaturen im Mondschein herumschleichen. Selbst ich habe Dinge gesehen, die ich nicht erklären kann. Ich habe befohlen, dass der Hafen geschlossen wird und alle Handelsschiffe vor Anker bleiben müssen, bis ich weiß, dass meine Stadt sicher ist. Atma, die Tavernenwirtin, hat eine wichtige Aufgabe für euch. Sucht sie unverzüglich auf. Ihr findet sie auf der anderen Seite der Stadt. Jetzt muss ich in den Palast zurückkehren. Verzeiht, aber ich kann euch nicht hereinbitten. Es herrscht gerade schreckliches Chaos. Okay, Atma hat eine Aufgabe für uns. Dann schauen wir doch mal hier. Hier haben wir Lysander. Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Ihr könntet so verschlagen sein wie diese Ratte Elzix, der das Gasthaus gehört. Aber wenn ihr ein Elixier braucht, kann ich euch eines bereiten. Natürlich gegen Entgelt. So, und hier haben wir Pharah. Ich weiß viel über die alten Religionen. Vor vielen Jahren wurde ich in Ostkurast zum Paladin der Zarkarum ausgebildet. Das ist sehr gut. Achso, Tränke. Haben wir hier noch die kleinen. Ich würde sagen, die kleinen Tränke können wir jetzt hier verkaufen. Lysander hat hier die großen Tränke oder die etwas größeren. Starten wir uns gleich mal mit ein paar Mana und ein paar Heiltränken aus. Und hier haben wir Atmar. Ich erwarte es nicht von euch. Aber wenn ihr mir helfen wollt, wäre ich euch dankbar. In der Kanalisation unter unserer Stadt lauert eine grässliche Kreatur, die es nach Menschenfleisch gelüstet. Die Kreatur hat viele getötet, auch meinen Sohn und meinen Mann. Wenn ihr sie vernichtet, werde ich euch belohnen. Bitte seid vorsichtig. Diese Bestie hat schon genug von uns genommen. Man gelangt durch eine Falltür oben an der Straße in die Kanalisation. Alles klar. Quest Lock. Unsere erste Quest in Akt 2 findet Radamets Lager in der Kanalisation von Lut Golan. Und dann würde ich doch mal sagen, gehen wir mal hier hoch. Hier gab es noch einen Wegpunkt. Kanalisation Ebene 2. Mal schauen, ob wir den finden werden. Ah, und bei Gretz können wir uns einen Pekingier anheuern. Ich wette, ihr fragt euch, wie diese Stadt bei allem, was in der Wüste vor sich geht, sicher bleiben kann. Tja, ich kann euch versichern, dass es nichts mit den Stadtwachen zu tun hat. Die sind aus irgendeinem Grund alle im Palast. Jerin hat mich und meine Söldner angeheuert, um hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wir sind nicht billig, aber dafür die Besten, die diese Wüste zu bieten hat. Ja, hier könnten wir einen anheuern, aber ich glaube, was kann der? Vielleicht... Ich glaube, wir bleiben bei unserer Bogenschützen, weil wir haben unsere Skelette, die vorne stehen. So, Level 1. So, erstmal hier ein paar Skelette umbringen und dann... So, eins fehlt uns noch. Gesundheitsschrein. Tränke nehmen wir mit. So, wo geht's weiter? Oh, hier machen unsere Skelette auf jeden Fall auch noch relativ gut schaden. Das heißt, wir kriegen hier wahrscheinlich noch keine Schwierigkeiten. Auf geht's. Ah, drei bis vier Hits für so ein Skelett. So, was haben wir hier? Ach, hier ist der andere Weg. Nach Loot-Golain können wir hier wieder. Das heißt, wir können hier unten auch in die Kanalisation rein. Und hier ist die Ebene 2. Da haben die uns extra oben reingelotst, damit wir nicht unten reingehen und direkt den Abgang finden. Oh, ein Champion. Oh, ein Champion. Ein Drei, zack, ein Gelber. So, wo ist jetzt der Wegpunkt? Kälte-Widerstand? Brauchen wir eigentlich eher weniger Feuer? Wäre ganz gut, glaube ich. Aber wir nehmen natürlich mit, was wir kriegen. Oh, Gift widerstammt. Könnten wir auch gebrauchen. Hier schon mal nichts. Oh, hier, ist es. Die schmetzeln sich einfach so durch. Gefällt mir noch sehr gut. Und wir haben den Wegpunkt gefunden. Das heißt, hier unten ist wahrscheinlich nicht der Abgang zu Level 3. Oder auch doch. Okay, Wegpunkt direkt neben dem Abgang. Das hat man auch nicht so oft. Jetzt sind wir schon in der Ebene 3 und hier unten muss ich irgendwo unser lieber Radar mitfinden. Und er möchte auf jeden Fall Bekanntschaft mit unseren Skeletten machen. Okay, da können wir mal kurz gucken, was der kann. Würde ich sagen, brauchen wir nicht unbedingt mitnehmen. Kampfschreien. Kampfschreien. Oh, wir machen selber auch noch relativ 28 bis 23. Okay. Das ist jetzt nicht viel, aber es sah gerade irgendwie mehr aus, als wir da so ein Skelett gehirtet haben. Wahrscheinlich auch mit dem Fluch. Ein Amulett. Noch ein Kampfschreien. Feuerwiderstand. Der ist perfekt. Der kommt wie gerufen. Okay. Okay, hier ist eine Sackgasse. Was haben wir für ein Amulett gefunden? Giftdauer reduziert um 25, 20 zur Angriffswert. Das können wir verkaufen. Oh, da ist er schon. Tötet Radamant. Oh. Oh, da ist ein Skelett von uns erwischt. Okay, das geht auch relativ gut. Ich gehe mal näher ran, dann treffe ich ihn vielleicht besser. Und das war's mit Radamant. Welche Verschwendung von untotem Fleisch? Noch eine Truhe. Hora Dream Schriftrolle. So. Zeigt Kayne Lutgolain die Schriftrolle. Kehrt zu Atma zurück, um die Belohnung zu erhalten. Oh, wir sind fast Level up. Wir machen das Level up noch. Das sollten wir hier unten noch hinbekommen. Oh. Ich brauche Mana. Die zwei, drei Gegner sollten wir hier vielleicht noch finden. Wobei ich jetzt nicht drauf geachtet habe. Wobei doch, das sollte relativ schnell hier zu schaffen sein noch. Noch ein bisschen Geld. Irgendwo noch ein Gegner. Hier noch zwei. Oh, hier sind auch noch welche. Ein Champion wäre noch ganz gut. Aber die reichen wahrscheinlich jetzt, die hier sind. Und da sind wir Level up. Damit gehen wir zurück. Und neue Werte. Wir gehen auf Leben. Neue Fähigkeit. Wir haben Level 15. Mit Level 18 gibt es neue Sachen zu lernen. Ich überlege, ob ich jetzt weiter auf Skelette gehe. Macht wahrscheinlich Sinn. Oder ich gehe auf Kadaver-Explosion. Aber momentan bin ich noch relativ zufrieden mit den Skeletten. Es ist nur die Frage, Skelett-Erwecken oder Skelett-Beherrschung. Hier haben wir immer noch fünf Skelette insgesamt. Das Schaden wird ein bisschen erhöht. Das Leben geht ein bisschen zu. Verteidigung 245. Schaden plus zwölf. Und hier Schaden 56%. Es gibt sich nicht viel. Ich gehe erst mal hier drauf. Eventuell, um noch ein Skelett dazu zu bekommen. Sie sagen, dass der Geschmack der Rache bittersüß sei. Aber ich mag ihn. Ich habe den Händlern gesagt, was ihr für uns getan habt. Und sie haben eingewilligt, ihre Dankbarkeit zu zeigen, indem sie ihre Waren und Dienste billiger anbieten. Oh, und Jerin hat euch etwas Wichtiges zu sagen. Ihr findet ihn vor dem Palast. Okay, Jerin hat uns etwas Wichtiges zu sagen. Quest-Log. Radamans Lager abgeschlossen. Und wir haben jetzt die Quest Nummer 2. Zeigt Kane in Lutgolain die Schriftrolle. So. Und Jerin möchte noch mal sprechen. Kane und Jerin. Aber mit Kane und Jerin reden wir wahrscheinlich erst mal in der nächsten Folge. Wir können hier das Buch der Fähigkeiten noch einsetzen. Seid gegrüßt. Wir müssen die identifizieren bei Kane. Okay, dann machen wir das in der nächsten Folge einfach. Dann gucken wir in der nächsten Folge, was wir gefunden haben. Und reden in der nächsten Folge dann mit unserem lieben Deckard Kane, was wir denn in der Quest 2 zu tun haben. Also macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal.